Die TT Knowledge Force Die TT Knowledge Force ist eine mächtige Autoren- und Dokumentationssoftware für einen umfassenden Wissenstransfer in Ihrem Unternehmen. Vorbei sind die Zeiten unstrukturierter Dokumente, ungepflegter Datenbanken oder lieblos abfotografierter Programmoberflächen. Die TT Knowledge Force erstellt perfekte Simulationen aller gängigen Windows-Programme, wie zum Beispiel SAP- oder Office-Anwendungen. Auch Web-Anwendungen, wie zum Beispiel Cloud Computing über Salesforce.com oder SuccessFactors.com lassen sich problemlos aufzeichnen. Der Weiterbearbeitung sind keine Grenzen gesetzt. Ob Sie mithilfe der Programmsimulation ein reines IT-E-Learning erstellen oder Web-based Trainings für Themen außerhalb Ihres PCs gestalten, zum Beispiel Arbeitssicherheit – für alles bietet die TT Knowledge Force die richtigen Werkzeuge. Werden Sie kreativ und motivieren Sie Ihre Mitarbeiter mit multimedialen und interaktiven Lerneinheiten und überprüfen Sie die Lernerfolge mit Hilfe eines spannend gestalteten Wissenstests. Nutzen Sie nach Ihren Corporate Design Vorlagen angepasste Templates, um grafisch hochwertige Lerneinheiten zu erstellen und produzieren Sie zusätzlich eigene Templates für Ihre Zwecke. Lost in Translation? Die TT Knowledge Force nimmt mit der Re-Recording-Funktion eine bereits erstellte Programmsimulation in einer anderen Sprache erneut auf und zahlreiche vorhandene Autotexte werden in der Lerneinheit direkt übersetzt. Vorhandene E-Learnings werden so fast auf Knopfdruck multilingual. Und auch manueller Text wird durch einen cleveren Workflow effizient unterstützt. Die mit der TT Knowledge Force erstellten Lerneinheiten lassen sich wie folgt publizieren. Als Training in einer Kursstruktur auf Ihrer eventuell schon vorhandenen Lernplattform oder als Dokumentation im Rahmen Ihrer Geschäftsprozesse. Nicht nur für PC oder Laptop, sondern auch für das mobile Lernen auf dem iPad. Mit der Dokumentationsfunktion kann man mit wenig Aufwand Übungsblätter oder auch ganze Handbücher aus den bereits erstellten Inhalten generieren und in Word, als PDF oder in HTML ausgeben. Bei der TTS stehen die Experten für Wissenstransfer von der individuellen Planung über die Einrichtung und Integration der Software in komplexe IT-Landschaften bis hin zu methodisch-didaktischen Trainings- und Screen-Design-Schulungen bereit. Und wenn Sie weiterführende Unterstützung benötigen, erstellen unsere Autoren auch professionelle und grafisch anspruchsvolle E-Learnings für Sie. Vielen Dank! TTS – The Knowledge Transfer Company Noch ein kleiner Hinweis zu Non-IT-Trainings. Dieser Clip wurde auch mit der TT Knowledge Force produziert.